Dr. Cem Kurutas wird ab 1. Januar 2024 neuer CEO des ArcelorMetallwerks in Duisburg. Er löst damit Paul Teterow ab, der ab morgen eine neue Aufgabe bei ArcelorMetall in Luxemburg übernimmt. Bis Ende des Jahres leitet Dr. Uwe Braun den Standort Duisburg zusätzlich zu seinem Posten als CEO des Hamburgerwerks. ArcelorMetall ist einer der größten Stahlhersteller Deutschlands mit einem Produktionsvolumen von rund 8 Millionen Tonnen Rohstahl. Das Unternehmen betreibt vier große Produktionsstandorte in Deutschland und beschäftigt rund 9100 Angestellte. Das Bundeskabinett beschließt Entlastungen für die Wirtschaft mit Einsparungen von 7 Milliarden Euro für Unternehmen. Im Wachstumschancengesetz sollen Maßnahmen zum Bürokratieabbau, zur Digitalisierung und zur Fachkräftesicherung umgesetzt werden. Der Präsident der niederrheinischen IHK Werner Schaute Küppers lobt den langfristigen Entlastungsansatz und fordert eine zügige Umsetzung. Die beschlossenen Maßnahmen sollen deutschen Unternehmen Luft für dringend benötigte Investitionen verschaffen. Schaute Küppers betont, dass weitere Maßnahmen in den Bereichen Bürokratieabbau, Fachkräfte und Digitalisierung notwendig sind. Die DVG hat weiterhin Schwierigkeiten, den 10-Minuten-Takt auf der U79 aus eigener Kraft wiederherzustellen. Die Rheinbahn aus Düsseldorf sollte schon längst vier Bahnen leihen, um den Takt zu ermöglichen, aber die Lieferung verzögert sich. Nun teilt die Rheinbahn gegenüber der WAZ mit, Ende Dezember könnte es soweit sein. Erst war von April 2023 dann von Juli die Rede. Der Hersteller Alstom hat Engpässe bei Bauteilen und konnte bisher nur 25 von 59 bestellten Bahnen liefern. Die Rheinbahn benötigt selbst 30 Fahrzeuge, um Bahnen an die DVG verleihen zu können. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft TVG befragt ihre Fahrgäste zu den Themen Fahrausweis, Wohnort und Alltagssprache. Die Befragungen finden vom 5. bis 22. September im Kundencenter, an Haltestellen und in Fahrzeugen statt. Die Ergebnisse dienen der internen Auswertung, sind anonym und werden nicht veröffentlicht. Fahrgäste beklagen immer wieder Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit. Dies machte ein Bericht der DVG Anfang des Monats deutlich. Derzeit gibt es wieder Schwierigkeiten mit Bahnen der Linie 903. Vier weitere der neuen Wagen sind in der Werkstatt.